einen wunderschönen guten tag mein name ist g aus dem crypto café ich bin euer crypto trainer und meine spezialität ist es für euch informatives entertainment rund um crypto zu bringen definitiv keine finanzberatung ja die heutige folge handelt um nfts bevor ihr stopp bevor ihr wegklickt es geht nicht darum wie man nfts flippt ja oder wie man mintet und sonstwas es geht darum wie man mit nft staking und farming betreiben kann ja das habt ihr richtig gehört es geht um staking und farming von nfts legen wir los ist das ganze findet auf der plattform nft das heißt nftx.io ich werde euch unten die ganzen links wie immer in der beschreibung reinsetzen dass hier nochmals selber nachgucken könnt und das größte problem ja bei nft ist es natürlich die liquidität ja das heißt ihr kauft hier so ein katze oder ein kater und da ist seid ihr euer geld los er hat das steckt in den ft drin und solange ihr den ft nicht verkauft könnt ihr damit nichts machen ja es gibt einigen einige randfälle was man damit machen könnte aber insgesamt ist praktisch euer geld eingefroren ja und selbst wenn ihr sagt okay ich will das wieder zurück in normalen geld tauschen braucht ihr natürlich leute die das bereits in diesen preis selbst wenn ihr den niedrigsten preis wie aktuell 10,85 setzt ja braucht ihr leute die bereits in diesen preis zu bezahlen ja wenn da ich mal vor allem eine kollektion am abstürzen ist weil irgendwelchen gerüchte herausgekommen ist also dann seid ihr es bleibt ja einfach sitzen auf euren dann könnt ihr noch den preis niedrig setzen wie ihr wollt wenn niemand da ist um den zu kaufen bleibt ihr drauf sitzen das ist das größte problem wenn nft und dieses liquiditätsproblem löst diese plattform nftx ja die ist noch relativ klein ihr seht die größte kollektionspunks hier mit 23 millionen an wert was da drin steckt ist also trotzdem sehr klein ja ich bin auch da nicht aktuell drin aber ich will euch nur diese möglichkeit aufzeigen weil ich denke langfristig wenn die plattform wirklich größer wird ja und je mehr liquidität drin ist kann man hier definitiv einiges mit machen so als erstes ist natürlich wenn ihr auf der seite seid könnt ihr bei coins drauf gehen ja und das ist die startseite werden natürlich die da kann ich euch nichts empfehlen ja da könnt ihr natürlich durchbrowsen wenn ihr gleich mal langweilig habt oder so aber ich würde empfehlen immer auf coins zu gehen da seht ihr die auflistung und natürlich nach dem tvl wir können natürlich auch nach einem bestimmten namen suchen und wir nehmen einfach mal beispiel azuki azuki die arbeiten mit so einer art volt ja das ist wie so eine wie so ein safe wo alle diese nfts von einer kollektion drin stecken ja die stecken alle da drin und bilden somit die liquidität auf der seite von nfts die andere seite liquidität ist natürlich serie und wenn ihr auf info geht dann seht ihr das sind die die in letzter zeit gekauft oder gesorgt worden sind ja sei bei bei steaks steaks vier stück wurden in letzter in den letzten drei tagen gesteakt und zwei stück wurden gekauft was passiert also hier habt ihr alles auf einen überblick das ist der aktuelle preis der den ihr auf open sie bekommt zum verkaufen und für den kauf ja und ihr seht wenn ihr auf dieser plattform kauft oder verkauft seid ihr natürlich im nachteil ja deswegen diese plattform aktuell zum handeln von nt kann ich nicht empfehlen swap ist was anderes swap heißt einfach ihr habt eins der nfts ja ihr kommt hierhin und wollte irgendwas anderes aus dem aus dem volt das geht natürlich nicht weil ich dieses keine asuki habe aber wir könnten uns die coolkeit angucken ich gehe auf swap kann das auswählen was ich habe ja diesen kater und dann kann ich mir eins aussuchen was aktuell hier in dem kater wohl drin sind ja das sind alle die ich nehmen könnte ich könnte natürlich sagen okay ich nehme den hier als gegenteil muss freigeben und eine kleine viel draufzahlen 0,6 ist hier und das wird in dem von dem volt vorher festgelegt ja hier steht oben auch wie viel das vorpreis ist und können praktisch meins gegen was anderes tauschen ja aber ich kann euch von vorjahrein sagen fast alles was in dem volt drin ist das sind keine hochwertigen nfts also keine seltene also swappen würde ich höchstens nur machen wenn ich sage ich mal wirklich mich so sehr in eins der bilder verliebt habe ich sage das muss ich unbedingt haben ja der ist so süß oder der ist so mir ähnlich ich muss den wirklich haben dass ich dann praktisch ohne openseed verkaufen wieder kaufen zu müssen ja denn hier praktisch einfach tauschen mit dieser gebühr ja ist wichtig das ist swappen also bei serr kann man weglassen und jetzt kommt das wo ich sage das löst dieses liquidität problem das ist nämlich staking staking funktioniert so ihr geht dahin mit euren eigenen nft aus der kollektion und da seht ihr auch schon hier oben sind die rendite ja das ist einseitige staking praktischen wenn ihr einfach nur den token in diese safe hinein gibt bekommt jetzt 20 prozent pro jahr ja und das andere ist gegen ethereum praktische cool gegen ist ja als liquiditätspaar das erste gehen erstmal auf das erste ein 20 prozent wie woher kommen diese gebühr ja wenn ihr auf deren seite guckt nämlich info und dann gibt es bei du analytics könnt ihr aufmachen und dann seht ihr auch schon woher die sachen kommen die kommen nämlich von diesen ganzen gebühren die von diesen ganz volt gesammelt werden ja hier hier das sind die fies die das ist die ganze norm steigen weil solange leute mit dem volt arbeiten aber wenn ich selbst arbeiten kaufen verkaufen swappen und was auch immer werden die gebühren gesammelt und an die leute die staking betreiben verteilt ja das ist diese gebühr und die schwankt auch das steht auch bei denen den handbuch ja dass diese gebühr was hier angezeigt wird vom staking zu viele tabs auf zu machen diese gebühr ja ist sieben tage das heißt in den letzten sieben tagen wurden etwa so viel gebühr erhoben ja in diesem volt für die katzen dass wenn ich jetzt mal 1 reingebe und sage ich mal in den nächsten tagen etwa die gleiche aktive menge aktivität stattfindet ich 20 prozent rendite auf jahr gerechnet hätte könnte man machen wenn man sagt okay ich habe sowieso vor diesen mt langfristig zu behalten ja und der wird langfristig entweder stabil sein oder am wert steigen dann wird natürlich so eine art sahnehäubchen obendrauf ja dass man kriegt dass man noch mal 20 prozent zusätzlich bekommt das liquidity farming ist ein bisschen also an meiner meinung nach gefährlich weil natürlich der token im wert sehr stark schwanken kann ja ihr bekommt zwar mehr rendite da drauf aber wie das dann beim auskassieren ist wenn ihr praktisch euer dieser liquidity pool wieder auflöst was ihr daraus bekommen ist sehr kann sehr stark davon abhängen wie wie der kurs von dem token zu einem zeitpunkt ist so und beim staking gibt es neue besonderheit dass ihr wenn ihr gesteckt habt in den ersten sieben tagen natürlich mit dem token der bekommt wenn ihr dann cool hineingebe bekomme ich ein x cool heraus ja da steht auch der info seite das ist x cool das ist der token jemand bekommt ist so eine art wie kassenbon ja oder 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 received und diesen kann ich dann nach sieben tage spätestens anfangen damit in dem pool was man das heißt für den fall dass ich sage okay ja ich habe meine karte da drin den bekomme ich genau das ist ganz wichtig bevor ihr lagt ok 20 prozent muss unbedingt mitnehmen ja ganz wichtig wenn ihr euer token da rein lebt bekommt ihr den nicht mehr wieder sondern wenn ihr den wieder einlöst bekommt ihr irgendeins wieder aus dem safe das heißt das ist wie lotterie die natürlich besteht die chance ja dass ihr da reingreift und denselben wieder rausbekommen wie ihr reingelegt habe aber das prinzip ist einmal rein es ist dann alles zufällig wenn ihr den token den ihr dafür bekommt wieder einlöst mit redeem bekommt ihr irgendeins aus dem safe wieder von von der cool cat kollektion natürlich wo also von der eigenen von diese gleiche kollektion das heißt ich würde da definitiv jetzt nichts reinlegen was ich sage okay das ist von der realität her sehr hoch hochwertig das heißt wenn dann würde ich dann nur irgendeinen durchschnittlichen oder flur flur nft da reinstecken dann ist tatsächlich möglich dass ihr da ich mal am ende 1 raus bekommen was von der realität her ein bisschen höher ist ja das ist dieses taking so und dann gibt es noch ein paar eigenheiten ja und zwar wenn ihr eben diesen token mintet jede pool hat seinen eigenen gebühren das seht ihr hier unten ja zb bei minten fallen zehn prozent an ja wenn ihr sagt also okay ich mit mir jetzt diesen x cool token nämlich mein cool token hineingebe und gehe dann auf sushi verkauft den und habe dann gewinnen und so was könnt ihr vergessen ja weil diese gebühren die man so viel aus was diese liquiditätsproblem allerdings löst ist natürlich sag ich mal wenn eine kollektion extrem illiquide ist das heißt ihr den token auf ob sie nicht kurzfristig loswerdet ja und ihr sagt okay oh da drüben habe ich gefahr ja bei irgendwann die fall projekt liquidiert zu werden ich brauche jetzt unbedingt das große geld ja mir ist egal ob ich zehn prozent verlust habe oder nicht dann könnt ihr natürlich sagen okay ich nehme den token den ich hier habe durchminden ja gehe auf sushi dann könnt ihr sofort verkaufen ja und der preis ist natürlich ja wesentlich niedriger wenn ich einen cool token von für meinen karte ist verkaufen würde ich knapp 9 7 dafür bekommen ihr seht schon ja es ist es ist niedriger als das was ihr flurpreis möglicherweise bekommt ja wenn ihr ein bisschen warten würdet aber es ist eine möglichkeit sofort ja auf die sekunde jetzt ja nicht warten jetzt dazu bekommen und das ginge theoretisch das ist dieses liquiditätsproblem was ihr geschafft gleichzeitig können natürlich auch sagen okay ich will mir eins von diesen dinge aus dem world schnappen ja ohne hier wirklich ja bei bei diesen dingen habt ihr eine bei bleibt ja bei einer kollektion die wo relativ wenig passiert ist ja ist natürlich die chance relativ hoch dass ihr, wenn ihr sagt, okay, ich kaufe den hier, ja, mit Buy Now, dass ihr auch den bekommt, ne, aber wenn, sag ich mal, viele Leute sich gerade drauf stürzen, dann kann es natürlich auch passieren, dass ihr sagt, ich kaufe den, ja, und eure Transaktion scheitert, weil jemand anderes vor euch dieses Ding hier weggeschnappt hat, ja. Hier habt ihr natürlich die Möglichkeit, den Token selbst zu kaufen und, ne, das braucht ihr ja nicht zu warten, das kann ja sofort stattfinden und dann den Token hier auf der Seite gegen eins von den, von den Dinger aus dem, aus dem Vault einzulösen, ja. Sofort kaufen mit Ethereum, habe ich, wie gesagt, lohnt sich nicht, weil der von dem Preis her einfach zu hoch ist und, ja, redeem, redeem ist eben, wenn ihr euer Token, ne, nach dem Minden später redeemen wollt oder wenn ihr den Token auf, zum Beispiel SushiSwap gekauft habt und dann den hier einlösen wollt, ja. Denkt dran, es kostet mehr, ja, zum Einlösen als ein Ganzes. Das ist von jedem Pool selbst abhängig, wie viele die hier unten eingestellt haben, ja. Das seht ihr, Redeem, Target, Redeem sind 6%. Es gibt auch bei manchen Pools wie hier, beim anderen sind es ein bisschen mehr, einen kleinen Preisnachlass, wenn ihr nicht selber auswählt, welche NFT ihr bekommt, sondern einfach ein zufälliges bekommt, ja. Ja, das war es auch schon, im Großen und Ganzen, ja, 20% auf dem Kater, könnte man sich überlegen, wenn ich nicht so sehr an meinem Kater hängen würde, würde ich den vielleicht tatsächlich hier reinstecken. Aber, ja, ist auf jeden Fall eine interessante Plattform, was Liquidität und so angeht und wenn ihr, was ich auf jeden Fall nicht empfehlen kann, ja, ich würde es auch nicht machen, selbst wenn ich das Geld hätte, spekulieren wollt, ne, dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, ich suche mir so eine Kollektion hier aus, ja, wie CryptoPunks, gehen wir mal da drauf. Ihr seht, ne, es gibt keinen Flurpreis hier, weil einfach niemand den verkauft, ja. Und dann könnt ihr natürlich sagen, okay, ne, diese CryptoPunks, ich kaufe den mir jetzt einfach, ja, wenn ich jetzt mal eins kaufe, kostet 71, ja, ich würde ein bisschen weniger günstiger tatsächlich wegkommen, wenn ich den redeemen würde, ja, nämlich dazu brauche ich 1,03 Punk, 1,03 Punk kriege ich hier auf Sushi für 1,03 für 71,7, ja, Ethereum, das ist definitiv ein bisschen günstiger als hier. Hier kostet nämlich, äh, 70,1, ja, mit Slippage 71,3, kommt auf das gleiche raus. Also, ich könnte hier jede Zeit einen Punk kaufen aus der Kollektion, ja, und sagen, den verticke ich jetzt auf OpenSea für 75, ja. Wenn es jemand kauft, ja, kann man Glück haben, aber es könnte auch so sein, dass ihr drauf sitzen bleibt und niemand kauft ihn euch weg. Das ist hoch spekulativ, kann ich, wie gesagt, nicht empfehlen, aber es könnte, es könnte klappen, wie bei allen anderen auch, was hoch spekulativ ist. Deswegen, insgesamt, ich werde das auf jeden Fall für mich selbst beobachten, ja, wie die Liquidität sich hier verändert und, äh, vielleicht auch eines Tages den einen oder anderen NFT von mir hier rein staken, ja, und das war's auch schon. Kurz und knapp die Vorstellung von NFTX.io. Das war's, mein Name ist G aus dem Crypto Café. Ciao, ciao.